Hallo und willkommen bei Hartverrat. Diesem Video die Technik-News der Kalenderwoche 18. AMD wird Ende 2013 die Architektur Yuma einführen. Bei dieser Architektur ist es wie bei der Playstation 4. CPU und GPU haben einen gemeinsamen Speicher. Das soll nicht nur mehr Geschwindigkeit bringen, sondern auch noch das Programmieren vereinfachen. Diese hat aber auch ein paar Nachteile. Zum Beispiel muss die GPU einen festen Teil des Hauptspeichers belegen, der für die CPU nicht mehr zur Verfügung steht. Und der größte Nachteil ist, dass GPU und CPU nicht an der gleichen Datei gleichzeitig arbeiten können, sondern wenn die GPU und CPU die gleiche Datei brauchen, sie zweimal im Speicher sein muss. Das Spiel Game Dev Tycoon wurde veröffentlicht. Das Besondere an dem Spiel ist, dass der Entwickler gleich eine gecrackte Version mit dem Internet veröffentlicht hat. In dem Spiel geht es darum, ein Entwicklerbüro für Games zu leiten. Doch wenn man die gecrackte Version hat, verliert man irgendwann, weil irgendwann ein Bildschirm kommt, das man verloren hat, weil zu viele Leute ihre Spiele gecrackt haben. Das finde ich ziemlich klug von den Entwicklern, weil wenn man 10 bis 15 Stunden ins Spiel reinsteckt und dann verliert, ohne etwas gemacht zu haben, ist man schon ziemlich sauer. Vielleicht animieren sie damit auch mehr Leute, das Spiel zu kaufen. AMD wird bald die 7.7.30 auf den Markt bringen. Denn AMD hat keine neuen Grafikkarten unter 70 Euro und wer eine möchte, muss eine Nvidia kaufen. Daher ist es ein logischer Schritt, dass AMD dort noch eine herausbringt. Sie wird, wie man im Namen hören kann, etwas schlechter als die 7.757 sein, aber dennoch rund 30% schneller als die 66.70. Sie wird 1 GB GDDR5 RAM mit 1125 MHz haben, der mit 128 Bit angebunden ist und 800 MHz GPU-Takt. Der Preis wird, denke ich mal, rund 40 bis 60 Euro sein. Die Telekom will nur noch auf IP-Technik setzen, deswegen wird bei der Telekom Analogo und ISDN abgeschafft. Die, die jetzt bei der Telekom sind und diese neue Technik später bekommen, gelten dann automatisch auch als Neukunden. Und wie empfängt die Telekom ihre Neukunden richtig? Ein Vertrag mit Drosselung. Da aber laut der Telekom frühestens ab 2016 gedrosselt werden kann, hat man noch genug Zeit, den Anbieter zu wechseln. Die GTX 87 soll doch teurer werden als gedacht. Sie soll scheinbar 699 bis 750 Dollar kosten. Die 770 und 760 Ti sollten jedoch einen Normalpreis erhalten. Außerdem soll die 780 am 23. Mai vorgestellt werden, die 770 eine Woche später. Es gibt Gerüchte, dass Intel vielleicht bald AMD übernehmen wird. Bislang war das ja nicht möglich, da das Kartellamt etwas dagegen hatte. Aber da die ARM-Prozessoren einen Boom hatten in der letzten Zeit, könnte sich das vielleicht ändern. Die x86-Prozessoren verlieren immer mehr an Bedeutung und Intel kann den Mobilmarkt einfach nicht mithalten. Doch gemeinsam können wir nicht schaffen, da Intel modernere Fertigungsprozesse und leistungsfähigere Prozessoren hat und AMD mehr Kompetenzen in den Grafiklösungen. Meine Lösung wäre keine Übernahme, sondern eine gemeinsame Tochterfirma, die nur für den mobilen Bereich da ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hoffentlich hat euch mein Schnupfen nicht zu sehr gestört. Dann bis zum nächsten Video.